Ich mache ein vegetarisches Gericht von zwei verschiedenen Kürbissen aus unserem eigenen Anbau. Da rein kommen noch Äpfel, Walnuss, Zwiebel und exotische Gewürze. Ich bin der Rainer Schäfer vom Gasthaus zum Hirsch in Bad Königfürstengrund und unsere Spezialität ist, wir vermarkten Gemüse und Obst, alles aus eigener Erzeugung. Zutaten wären der Zucchetti-Kürbis, der Hokkaido-Kürbis, rote Zwiebeln, Äpfel, Curry, Zimt, Pfeffer, Muskatnuss, Walnüsse, Salz, Ingwer, Butter, vielleicht eine Spur Chili-Pulver, Honig von unserem eigenen und getrocknete Mirabellen. Wir zerteilen jetzt erstmal die Kürbisse und machen sie küchenfertig. Schneiden mit dem Käsemesser. Ich nehme als erstes die Kerne. Aus dem Kürbis nimmt man am besten einen Löffel, dann mit dem Messer kann man sich das herschneiden. Ich habe vorhin beim Zerteilen des Kürbises ganz bewusst ein Käsemesser genommen, weil das Käsemesser hat zwei Griffe und man kommt nicht in Versuchung, sich mit der Spitze in die Hand zu schneiden. So, jetzt kommt wieder das Käsemesser in Aktion. Ja, Kürbis ist hart. Ich schneide Scheiben ab und an den Scheiben kann man mit einem Messer dann die Schale gefahrlos entfernen. Wenn man die Schale entfernt hat, kann man den Kürbis in gleich große Stücke schneiden. Gleich große Stücke, um ihn auch alle Stücke zeitgerecht gar zu bekommen und nicht zu übergaren. An dem Zucchetti nehme ich eigentlich das Herzstück. Man kann den Zucchetti ganz und gar verwenden, weil, ich schneide es hier mal an und zeige das jedem, der Zucchetti hat nur ein ganz kleines Stück, in dem er das Kerngehäuse hat. Aber man kann den Zucchetti fast vollständig verwerten, denn er hat nur ein sehr kleines Kerngehäuse. Jetzt nehme ich wieder das Messer, kann den schön auf das Schneidebrett stellen und kann gefahrlos die Schale abschneiden. Bei dem Apfel nehme ich ganz bewusst nur den Kernhaus-Ausstecher, weil ich möchte gern den Apfel in seiner Gesamtheit verwerten, weil ich möchte den Apfel gern mit der Schale verwenden, weil ich gern die Vitamine im Apfel hätte. Der Apfel wird in dieselben gleich großen Stücke geschnitten wie der Kürbis auch. Auch die Äpfel sind Eigenanbau. Die Kürbisstücke sind jetzt circa 10 Minuten gegart, sind aber trotzdem noch bissfest. Und jetzt gebe ich nacheinander die anderen Beilagen oder Zutaten hinzu. Als erstes kommt ein Stück Butter. Wenn die Butter zerlaufen ist und das Gericht hat wieder einigermaßen Temperatur, gebe ich als nächstes die getrockneten Mirabellen hinzu. Die Mirabellen brauchen ein bisschen Zeit im Topf. Die Mirabellen gebe ich als erstes hinzu, damit sie noch Chance haben, etwas aufzutrellen und ihr Aroma zu entfalten. Im nächsten Schritt kommen dann, um dem Gericht noch eine gewisse Farbe zu geben, ein paar rote Zwiebeln dazu. So, die lassen wir jetzt leicht anschwitzen. Im weiteren nächsten Schritt kommen die Äpfel mit der Schale hinzu. Obst und Gemüse, wie gesagt, fast alles Eigenanbau. Jetzt kommen nach und nach die Gewürze hinzu. An erster Stelle kommt das Salz. Hierbei braucht man beim Kürbis an Salz nicht zu sparen. Im nächsten Schritt kommt der Pfeffer. Eher wenig, weil durch die Rediktion wird der Pfeffer sehr stark im Geschmack heraus. Dann haben wir den Zimt. Zimt gibt dem ganzen Gericht eine leicht winterliche Note. Als nächstes kommt die Muskatnuss, natürlich frisch gerieben. Das duftet schon sehr gut. Ich habe hier noch gemahlenes Chilipulver, aber das möchte ich nur ganz zum Schluss in den Spuren hinzufüllen. Das möchte ich dann erst mal probieren, ob es von der Schärfe schon genug ist. Jetzt haben wir noch die Walnüsse. Walnüsse vom eigenen Baum. Und selbst gekernt. Und man hört, das Gericht karamellisiert ganz leicht vor sich hin. Durch das Karamellisieren werden die ganzen Aromen freigesetzt. Also wir haben es beide ausprobiert und haben das mit Fisch gemacht. Das hat uns sehr, sehr gut geschmeckt, weil es einfach mal eine ganz andere Geschmacksrichtung ist. Und alle Zutaten sind noch recht bissig. Dann der Ingwer. Den Ingwer aber auch nur in Spuren, weil der Ingwer ist scharf, hat nicht mehr Aroma. Den Ingwer fein reiben. Vorsicht, Finger. Und zum Schluss kommt der Honig von unseren eigenen Bienen dazu. Die Bienenstöcke stehen beim Hirsch in Fürstengrund draußen im Garten. Und den eigenen Honig kann man hier auch kaufen. Der Honig gibt dem ganzen Gericht nochmal eine süß-säuerliche Schärfe. Eine Zuckerschärfe. Und das schmeckt man auch. Eine süß-säuerliche Schärfe. So, das Gericht ist jetzt eigentlich fertig. Ist vollkommen vegetarisch. Aber ich lege jetzt mit der Resthitze, das ist noch sehr heiß, einfach zwei Stücke Bodenwälder-Lachsforellenfilet drauf. Und lasse die auf dem Gericht garen. Nun noch der Deckel. Um die in der Resthitze zu garen, lege ich jetzt den Deckel auf und nehme den Topf vom Feuer. Die fünf Minuten sind jetzt um. Und jetzt können wir die schonen, gegarten Lachsforellen auf dem exotischen Kürbisgemüse rausnehmen. Mh, das duftet wirklich gut. Und ist ein gesundes, feines Wintergericht, das man mit Fisch oder auch rein vegetarisch genießen kann. Den Kollegen der Odenwald-Gasthäuser gefällt's und schmeckt's. Den Kürbis baut Familie Schäfer natürlich auch selbst an. Ihre Marke heißt vom eigenen. Und hier sieht man noch einmal alle die Wirtsfamilien, die sich zusammengeschlossen haben. Guten Appetit!